Simon, ich bin John. Ich rufe dich an, um dir zu sagen, dass ich in das Land fliegen werde. Ich werde versuchen, diesen Vater zu finden. Und wenn ich ihn finde, dann werde ich ihm den Umschlag geben. Ich tue das nicht für sie. Ich tue das für mich, für dich, für die Zukunft. Ich muss Mama finden. Ihr früheres Leben, das ihr all die Jahre vor uns versteckt hat. Ich lege jetzt auf. Ich lege jetzt auf. Weißt du, Simon? Weißt du? Weißt du, Simon? In was ziehst du mich hinein, Mama? In was? In was ziehst du mich, Mama?